so meine freunde willkommen zu minecraft und zwar auf dem server wie heißt der noch gleich himmel ja und zwar zu jump world nette liebe das pro hd hier der hat für uns eine jump map zusammengestellt und wir werden diese mit ihm heute mal spielen zum glück ist auch jetzt dabei mit den worten riva nero da fehlt ein komma nach willkommen als doch kommen schreibt man nach als willkommen schreibt man nach ein komma klein willkommen bei einer ersten und in diesem sinne legen wir einfach los springen hier ja aber ich wollte noch dazu sagen dass wenn ihr bock habt könnt ihr natürlich uns auch eine solche map bauen und wir werden die dann zocken ich bin noch nicht ganz wach muss ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen gestehen wie du bist noch nicht ganz wach ich bin noch voll müde ich versuche jetzt einfach mal nicht den checkpoint zu benutzen viel spaß du willst denn also umgehen ich versuche jetzt einfach mit dem checkpoint das ganze zu machen so und jetzt bin ich schon letzter nein nein doch doch jetzt wo ich habe schon wieder kein bock mehr ganz im ernst nicht verzagen ich habe mich komplett zurückgesetzt ich bin ich fange ganz neu an ich bin in einer anderen map sehe ich gerade was keine ahnung du wirst mir nicht mal mehr angezeigt ah jetzt habe ich komplett kaputt gemacht ja ich glaube ich habe meine aufnahme ich habe ich lasse ja gerade mit laufen ja ja genau ich wollte vor dem sagen wir schalten um und deine ich habe nämlich auch absolut schon wieder gar keine lust mehr ja wieso so ja weil das einfach nur ranz ist gerade boah ich fühle mich gerade verarscht von mir selber hey ich bin nicht wirklich aus dem jump run raus dann brauche ich nämlich nicht mehr weiterspielen vielleicht ich gehe dann schon mal auf dem nächsten server alles da das war jetzt kein witz sooo ich bin dann auf dem bergwerk ok ja ok ach hi nein boi ich bin auch noch nicht so der der jump and run profi ich auch nicht ich war hier schon 10.000er weiter spring nur mal eben runter auf den slime block dann auf den nächsten achso auf den slime block nicht so machen wie ich ja nein auf den slime block und dann auf den check point ok der gegenüber ist also nicht so wie ich mache ne slime block und dann also also ähm ich bin jetzt einfach mal der spielverderber bevor nämlich die leute jetzt oder bevor sich der ein oder andere überlegt hat ob er so ne map baut und jetzt sagt äh der rieber ist volles arschloch der geht einfach raus ich hab die map jetzt schon zum dritten oder vierten mal gespielt dritten mal ja nein also von daher äh einmal probiert einmal aufnahmefälle und jetzt halt heute nochmal und deshalb hatte ich jetzt einfach keine lust mehr auf die map die slaggen dazu ja ist halt so dass äh weil du kannst besser kürzen als ich nein das schafft man glaube ich nicht aaaaaaah ich bin natürlich die map so wie sie gedacht ist nicht irgendwie anders nein jaja weißt du bist schon fertig ja nöp nöp nein ach ich kann das nie das ist immer mit schwierige stelle ja ich ich krieg dat nöp boah gar du kannst einfach dich nur hier drauf stellen dann und dann von denen mit sprinten hoch springen und dann so weiter stets nur hier drauf auf den hier guck da wo ich seh auf den orangenen und doch springst hoch auf den nächsten wird halt nicht gehen aaaaaaah meine tastatur da darf ich sie euch empfehlen die ist super die ist super stark die hält einiges aus oh ich meine hey naja hab ich gerade eben mal kurz die windows Hilfe aufgemacht ich komme da nicht hoch oder muss ich jetzt da runter und dann da nein das geht auch nicht das geht nicht ich weiß auch nicht warum ich hab den absetzt komm komm schon mach Flash weg mach Flash weg nein ich will da doch hinkriegen warum bist du nicht auf den orangenen Blocken wie warum bin ich nicht da auf da bin ich doch drauf ich will da doch gerade eben gewesen aber dann hab ich diesen anderen Schwung da verpasst ey nein guck doch mal du warst hier oben du bist ganz runtergefunden aber dann ist nur hier drauf und dann hättest du es geschafft guck so ach so wer hat denn das überhaupt programmiert programmiert hab ich's nicht ich hab's nur gebaut alter boah nee hier ich hin ich hab dir noch ein Tipp weil du gehst einfach davor nimmst davon an den Speedboot und dann springst du wieder hoch Sprinten nach vorne laufen dabei wert ist ich erst dann laufen kommt nicht weit stehst du hier stehst du hier Sprinten Sprung Sprung wow dann schaff ich den Sprung nicht dann geh ich runter und spring den nochmal dann schaff ich den ja nicht ach komm halt ich fall da jedes mal runter das gibt's doch nicht boah wieso musst du sowas einbauen voll für den Arsch das hat mich auch gefragt ja einfach machst du es dann wir waren anweilig wollte dich ärgern komm ja halleluja 8 Minuten Zeit jetzt haben wir hier dann auch die Möglichkeit bei solchen Maps dann einfach auch zu bewerten die Kreativität ja die ist also ja 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 man muss ja aber dazu sagen die Map war ja ein bisschen kurz also war ja schon sehr ich hab 5 Minuten gebraucht erst 8 Minuten gebraucht denk mal nach ja gut dann kann man sagen ja ist also von der Kreativität her würd ich schon sagen gut ja äh von den Sprüngen her na gut da könnte ich jetzt halt voll arschig sein aber bin ich einfach nicht ist ok ja und von der Optik her ist ich schon ganz schnieke ich finde aber äh doch ja hätten wir noch mehr machen können nein Spaß war alles an für sich finde ich gut und äh ich hab einen Pixel bekommen huch stille vorlesen stille vorlesen dann werden wir das spielen meiner ersten Map sorry für die unkreative Gestaltung Bauerzeit kein Plan also Bauer nicht beim Schach der Bauer sondern der Bauer der Map äh das Pro HD und Tester das Pro HD wenn ihr uns doch auch solche Maps zukommen lassen wollt in dem Video erwähnt werden wollt und dass wir die für euch zocken dann schreibt uns einfach ähm per ja private Nachricht oder einfach unter diesem Video wir würden uns natürlich freuen wenn es euch auch gefallen hat wie gesagt das war jetzt so ein kurzes Ding hier aber äh ja genau so machen wir es und äh wir verabschieden uns in diesem Sinne macht's gut bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal